Community leben, sei dabei! Das ist das Motto des Christopher Street Days, der jetzt schon zum 21. Mal in Folge Nürnberg stattfindet. Ihr habt keine Ahnung, was das ist? Kein Problem. Dranbleiben und wir zeigen euch einfach mal, worum es hier geht. Es wird bunt. Viel Spaß! Am Christopher Street Day findet eine Parade zu Ehren der LGTBQ Plus Community statt, um sich an die Aufstände vom 28. Juni 1969 in New York zu erinnern. Nach vielen Polizeikontrollen gegenüber Afro- und lateinamerikanischen Homo- und Transsexuellen haben diese angefangen, sich gegen die Polizeiwillkür zu wehren. Das war auch der Anfang von vielen brutalen Straßenschlachten. Schon ein Jahr nach diesen Aufständen wurde dann das Christopher Street Liberation Committee gegründet und das veranstaltet jedes Jahr diese Gedenkfeiern. Dich in der letzten Woche. Dich in der letzten Woche. Da geht's mit Schmerzen. Das war's. Das war's.